so da kann ich mir etwas von kaufen von den 9000 und zwar einen tisch einen kleinen tisch so dass ich immer so modern für 250 in schwarz gefällt mir ganz gut also wir werden das haus auf jeden fall noch umbauen das bleibt nicht so das weiß ich jetzt schon was ist das das ist ein regal das sind verschiedene sachen hier polski 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 nein ich habe ja ehrlich gesagt nichts ging ach ja übrigens ich habe hier nur botzen wer brauchen xbox 360 ist eine mod also gibt so nicht in die sims ist es meins meins mod ja mod schön merken ist mit mord kommt total beschissen rüber ich weiß ja ich hole mir das soundsystem ist modern kann das nun zu drauf stellen auch alter ich will doch nur hi fi anlage bämm voll weg die lampe ja ich weiß gerade unser geld raus ich sehe sowas von komm ich schmeiße so unser geld raus aber ich will jetzt hier einfach nur ein bisschen ja wisst doch schon die hi fi anlage die kann ich mal kurz da in die ecke stellen so meine ich doch da war falsch ach da steht noch mülleimer ok den hatte ich nicht gesehen den können wir wieder verkaufen dafür kaufen wir uns ein fernseher da muss erst mal ein kleiner ausreichen 2600 wie viel kostet der 500 er gefällt mir so gut ganz ehrlich nehmen wir erstmal den und ich mache mal kurz eine aufnahmepause wir sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder und ich habe gerade gehört dass diese folge auch leider schon die letzte aufnahme ist und ich nehme dann morgen oder so halt noch weiter auf und ich finde erstmal der kleine fernseher hier der reicht der panasonic nennen wir ihn mal nein der reicht erst mal und ich muss mich hier ein bisschen sputen weil es scheiße ja es ist halt jetzt blöderweise doch schon die letzte auf folge in dieser aufnahme und nachher ist ja auch noch der live stream und ich habe nicht auf die uhr geachtet aber es kann ja mal vorkommen man kann ja auch mal vergessen auf die uhr zu gucken so haben wir jetzt hier so ein ding die lampe lassen wir erstmal und ja bis jetzt gefällt mir das schon so einigermaßen und ja franklin so und dann zeige ich euch mal kurz die neue game playlist will ich nur einmal ganz kurz anmerken weil da muss ich leider auch schon die aufnahme beenden und ich werde morgen weiter aufnehmen und ja morgen werden auch die ersten folgen kommen so so jetzt umschalten auf top so und schon so und nächstes lied nächstes lied wie ihr hört hier ist schon ein bisschen was da ist schon eine menge von der game playlist zwischen hier haben wir jetzt 1024 ich drehe mal ein bisschen lauter das gehört nicht dazu das gehört auch nicht dazu das ist Kanye West mit Power und ja ich versuche das noch möglichst so auf jeden fall ich versuche das noch möglichst auf einem anderen Sender zu kriegen damit wir das einzeln haben oder zumindest dass es ja das halt die ganze andere Musik da nicht mehr zwischen ist auf jeden fall war es das für die erste aufnahme zu let's play die sim 2 ja ihr habt halt abgestimmt ich freue mich dass dieses let's play jetzt endlich läuft und ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn wir für franklin einen job suchen und zwar versuche ich möglichst einen im kriminellen milieu zu finden und der fernseher nervt mich gerade ein bisschen ich mache ein bisschen leiser und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denne tschüss